Bei dieser Aufgabe sollen wir eine exotische Waffe kaufen und da habe ich zugegebenerweise bei mir selber mal gesucht, denn ich habe ein Video gemacht, wo ihr alle exotischen Waffen seht in dieser Season. Könnt ihr gerne nochmal schauen, kann ich euch gerne nochmal verlinken. Ich bin jetzt hier aber auf dem Weg zu einem Kollegen, bei dem wir auf jeden Fall auch was bekommen. Und was soll ich euch sagen? Also ich kaufe hier einfach auch die exotische Waffe. Ich gehe hier ran, hier links seht ihr schon, exotisch, Boom, Scharfschützenwehr, die Boom-Sniper. Das ist natürlich ein richtig, richtig cooles Ding. Kostet aktuell hier 600, er hat viel vorrätig. Es gibt auch deutlich günstigere, es ist ja jetzt diese Goldwoche, das Ganze hat sich vergünstigt. Vielleicht wenn das Video rauskommt, ist die auch schon nur noch bei 300, weiß ich nicht. Aber wenn es euch interessiert, ich habe das Video gesagt am Start, da könnt ihr auch noch andere Waffen natürlich finden. Die Schattentart zum Beispiel als Pistole mit dem Scharfschützenwehr, finde ich auch sehr, sehr nice. Ich markiere euch trotzdem den hier nochmal. Den findet ihr hier oben hinter dieser ganzen No Threat Summer Location, bei den Abschlussrampen der 7. So hieß dieser Point zumindest immer und da könnt ihr das Ding dann kaufen. Oh, jetzt habe ich außerdem zwei gekauft, aber was soll der Geiz? Wir haben ja genug Gold. Also das für euch jetzt kleiner Vorschlag, kleine Lösung. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ciao, ciao.